so wir starten mit der neuen folge rocket league immer noch mit dem lief bisher jetzt wieder recht durch wachsen insgesamt gesehen ach shit und das wird halt nicht besser shit hat er nicht richtig erwischt lois Mist wär ich mal da gewesen nein hm Ich weiß nicht so wirklich, was das eben war. Aber gut. Ich kriege es nicht auf die Reihe. Manchmal muss man Boost einzusammeln. Ich weiß doch nicht, wo die ganze Zeit der andere Typ abgebildet ist. Schade. Nein. 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 Nein! Arsch! Wo ist denn der andere schon wieder hin? Oh, leck mich! Wieso steht der denn da? Oh, ne, jetzt bin ich irgendwie auf mein RZ-Kabel gekommen. Dann stand er eben beim einzelnen bestimmt auch dann einfach rum. Mist! Hä, wo ist der denn schon wieder? Wut? Und? Hat der den eben noch abgewährt bei mir? Oder ist der gegen den Pfosten untergeknallt? Oder ist der gegen den Pfosten untergeknallt? Oder sowas? Wut? �, wut? Wrut Wusher Wut? 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 Oh, noch zwei Siegel bräuchte ich. So, oh, oh. Kann sein, dass jetzt gerade meine Nachrichten noch gelesen hat. Loll. Oh, meine Fisse. 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 Ah! Oh, fuck! Da sahen wir beide ziemlich scheiße aus. Oh, man. Oh, shit. Oh. Schöne Ding. Oh. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. 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 Jetzt höre ich ziemlich leise alles. Aber das ist nicht sehr gut. Ich hoffe, meine Stimme kommt jetzt trotzdem noch nicht. Haltwegs klar rüber. Ah doch, wisst ihr, das ist ja das. Oh Gott, ist das leise gerade. Oh, schade. Oh Mann. Jetzt ist es wieder laut. Warum? So, sehr schön. Oh Mann. Schön. Na gut. Damit haben wir... Brauchen wir noch einen Sieg, ne? Und die geht es ja in der nächsten Folge weiter. Spitze wieder gemächt. Peace to the next time. 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 Peace to the next time.